Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Vage, heute ist es wichtig, deine Aggressionen zu kontrollieren. Die Menschen um dich herum sind vielleicht sensibler als sonst, deshalb ist es wichtig, dass du deine angeborene Kraft positiv einsetzt. Lenke deine Energie nach innen, um dich deinen inneren Kämpfen zu stellen und persönliche Dämonen zu überwinden. Auch wenn du spürst, dass andere versuchen, deine Pläne zu durchkreuzen, solltest du mit deinen Reaktionen vorsichtig sein. Heute ist die perfekte Gelegenheit, um deine Träume und Ziele durchzusetzen. Wenn du dir vorstellst, dass du in ein paar Monaten eine gesündere Version von dir bist, dann nutze die Gelegenheit, um ein paar zusätzliche Runden zu schwimmen oder den Hügel beim Laufen zweimal zu bezwingen. Wenn du aber das Gefühl hast, dass deine soziale Seite geschlafen hat, solltest du eine Dating-App oder einen anderen Ansatz ausprobieren, der deinem wahren Selbst entspricht. Nimm diesen Tag als Chance wahr, neue Unternehmungen zu starten und dein Wunsch-Ich zum Ausdruck zu bringen. Bleib standhaft in deinen Überzeugungen und vermittle deine Ideen mit Nachdruck. Deine unerschütterliche Entschlossenheit zu zeigen, wird mehr bewirken, als du vielleicht denkst. Gehe mit Zuversicht an deine Aufgaben heran, anstatt passiv zu sein. In der Liebe könntest du heute in einer Situation, in der du es gewohnt bist, wärmer zu sein, eine Abkühlung spüren. Die Planetenkonstellation deutet darauf hin, dass ein geliebter Mensch distanziert oder unkommunikativ sein könnte. Um das Eis zu brechen, solltest du dich darauf konzentrieren, ihm ihr zu helfen, seine ihrer verborgenen Ängste zu überwinden. Beharrlichkeit wird dein Verbündeter sein, um ihre Gefühle aufzutauen. Mach dich auf eine unerwartete Welle der Positivität gefasst, die deinen Weg erhellen wird. Gerade als du geglaubt hast, dass du dein Leben im Griff hast, hält das Universum eine wunderbare Überraschung für dich bereit. Dieses glückliche Ereignis könnte sich in verschiedenen Facetten deines Lebens manifestieren, sei es eine aufregende neue Gelegenheit, die an deine Tür klopft, eine unvorhergesehene Begegnung mit einem Gleichgesinnten oder ein Durchbruch bei einer langjährigen Herausforderung. Vergiss nicht, dass der Kosmos seine Magie oft dann entfaltet, wenn wir es am wenigsten erwarten. Im Moment malt er den Wandteppich deines Schicksals mit lebendigen, aufmunternden Farbtönen. Nutze die heutige Mondenergie, indem du geistige Aufgaben wie Papierkram oder Hausaufgaben effizient erledigst. Wenn der Abend naht, könnte deine Energie nachlassen und du dich nach Entspannung sehnen. Da der Mond in der Jungfrau steht, könnte sich der ganze Tag träger anfühlen als sonst, sodass es eine günstige Zeit ist, um aufzuräumen und deinen Lebensraum zu organisieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, vage, deine Aggressionen unter Kontrolle halten, deine Träume durchsetzen, mit Überzeugung kommunizieren, romantische Herausforderungen meistern und dich auf einen unerwarteten Schub an positiver Energie vorbereiten solltest. Nutze die Mondenergieweise, um dich mit geistigen Aufgaben zu beschäftigen, und wenn der Tag sich dem Ende zuneigt, gönne dir die mögliche Muße des Abends, während du über die Organisation deines Zuhauses nachdenkst. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Stäbe steht für Action, Abenteuer und eine kühne und leidenschaftliche Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Stäbe spüren kannst, die ein starkes Verlangen nach Aktion und einen Sinn für Abenteuer beinhaltet. Es bedeutet, dass du deine Ziele mit Begeisterung verfolgen und kühne Schritte in Richtung deiner Träume machen solltest. Der Ritter der Stäbe ermutigt dich, spontan zu sein und bei deinen Unternehmungen die Initiative zu ergreifen. Er erinnert dich daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und den Geist der Erkundung anzunehmen. Diese Karte lädt dich dazu ein, deinen Leidenschaften zu folgen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Zusammen mit dem Ritter der Stäbe haben wir die Hohepriesterin. Diese Karte steht für Intuition, innere Weisheit und eine Verbindung zum Unterbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Intuition anzapfen und nach Antworten aus deinem Inneren suchen musst. Die Hohepriesterin lädt dich ein, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Instinkten zu vertrauen. Sie erinnert dich daran, auf deine Träume und Gefühle zu achten, denn sie können wertvolle Erkenntnisse enthalten. Diese Karte steht für eine Zeit des spirituellen Wachstums und das Potenzial für tiefes Verständnis. Der Ritter der Stäbe und die Hohepriesterin bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Stäbe betont Action und Abenteuer, während die Hohepriesterin die Bedeutung von Intuition und innerer Weisheit hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du dich mutig für deine Ziele einsetzt und deinen Leidenschaften folgst. Sei spontan und vertraue auf deine Fähigkeiten, während du neue Erfahrungen und Möglichkeiten ergreifst. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Hohepriesterin, indem du deine Intuition und innere Weisheit anzapst. Vertraue auf deine Instinkte und suche nach Antworten aus deinem Inneren. Achte auf deine Träume und Gefühle, denn sie können dir wertvolle Einsichten vermitteln. Diese Lesung steht für einen Tag der Aktion, der Intuition und des spirituellen Wachstums. Mach dir die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du mutige Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Nutze die transformativen Qualitäten der Hohepriesterin, wenn du auf deine innere Stimme hörst und nach einem tieferen Verständnis suchst. Denke daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, wenn du durch den Tag gehst. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Stäbe und der Hohepriesterin kombinierst, kannst du den Tag mit Enthusiasmus, Intuition und dem Potenzial für sinnvolles Wachstum und Erkundung angehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!